So, sind alle bereit? Warte, kommt der Zombie. Ein Meter, Moment. Ein Meter vom Heli, da stehen wir gleich daneben. Ja, stehen wir einfach daneben. Nieden hören, auf die Plätze, fertig, los. Und man soll den Freer nochmal vor die Strecke markieren, wo man hin muss. Oh, ein schönes Ziel habe ich gerade vor mir. Doch, wer ist das bloß? Scheiße, auf der Karte schaut das jetzt geil aus. Hm. Noch vor dessen. Wir haben ein neues... Man muss nicht immer rumballern mit Zombies. Ich fliege mit 200. Ich fliege auch mit über 300. 315. Er fehlt. Einmal drüber. Was für eine scharfe Kurve über den Bäumen. Aber da ist es eher viel. Oh scheisse. Da muss ich erinnern. Oh scheisse. Was? Seid ihr schon durch? Ne ich nicht. Ich war viel zu hoch, Alter. Ich war viel zu hoch. Vollgas du durch, Alter. Ja, ich hab's auch geschafft. Scheisse, Alter. Ich war viel zu hoch. Geil. Ich fliege auch nur noch 270. Ja, aber das wär auch noch cool. Nee, nee. Ich wär schon hier, Alter. Der ganze Schnee ist noch einen Kilometer weg von mir. Einmal drumherum, langt ja wohl. Ja. Die letzte Kurve, natürlich. Scheisse, Alter. Ja. Über wen? Über wen? Ja. Und jetzt? Alle da nur gerade über, oder nicht? Okay. Oh Mann. Ja, eigentlich sollte man ja nur einmal rum und dann nicht gerade hoch, denke ich. Oder nicht? Also du hast jetzt den Wegpunkt dort markiert. Fingen wir da doch hin. Wenn mich jetzt nicht täuscht, fliegen manche ganz schön weit rechts, ne? Ja. Ja, von den einen Wegpunkten. Ja, ich hab's gesehen. Da hat's mich beinahe weggenockt, irgendeiner hier. Ich bin bewusstlos bei meinem abgestützten Heli wieder. Ich flieg gerade über dem Heli. Ja, ich hab's gesehen. Ja, was mich noch einmal nach der. Ich hab' mir gedacht, wie geht es jetzt? Ja. 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 Ah, dass wir immer so abbremsen müssen. Ich glaub, diesmal macht Duke das Rennen, ne? Kann gut sein. Ich bin auf dem letzten. Ich merk das schon. Ich spring grad raus, wenn's geht. Ist mir wurscht, wenn der Hehl kaputt geht. Bin unten. Ich auch, bin unten. Aber ich geh grad zu dem nächsten Apache und flieg die Strecke nochmal von da. Ich bin 33 Meter entfernt von meiner Markierbaut. Halt dich.